die die wieder zum neuen Video auf jeden Kanal und dieser scheiß Regen fängt gleich an Na gut, guck mal wer dabei ist Na moinzen Ja, den kennt die jetzt legt er uns schon an und was hatten wir vor? eine Farm war ich weiß, das hat mir in der letzten Folge schon gemacht, aber hier diese Farm schon angelegt, vorhin, wo ich noch nicht da war aber jetzt will er noch einer stellen, weil man ja nie eine Farm nein, ich erinnere nur an unsere wie viel waren es bestimmt? Acht Stück? in der Bruchbote in der Bruchbote auf dem HF-Meiner ja, wo wir leider gebannt wurden ja, ganz zufällig ganz zufällig wurde da so ein ein Bann ausgesprochen von ja, wie hieß er? ich weiß nicht mal wie er hieß aber das seit ihr den restarted haben und die neue Map hatten war da eh nicht mehr so krass ne das war scheiß hast du noch Erde? ich? Erde? ja mh, erst mal rüber wachsen ich hab nen Stack dann komm mal ran also es ist grobe Erde, auch wenn man mit ner Hacke doppelt draufklickt also wenn man, ne, einmal draufklickt dann wirds dann auch mal eine Erde wenn man nochmal draufklicken wirds dann hier zu dieser wo du drauf bauen kannst ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hört ich höre mich zum Beispiel doppelt hmhm, geil wo bist du? unten, bei meiner Farm achso super na, wo sonst? ah, ich komm dir schon entgegen wo bist du? hä, willst du mich farschen? wo bist du? bist du denn noch da unten? sowas wollst du? Erbe mhm, Erde na gut ich geb dir die grobe Erde das ist fast ein Stack T-Hangs oh, ich muss essen ich bloß los ich hoffe, dass wir diesmal diese Videos endlich mal schneller hochladen weil ich hab jetzt schon zweimal probiert, Leute ein Video hochzuladen ja dann ist mein Internet abgeht das die Easybox ja, die Easybox 804 oder wie hieß es? 804 804 die ist Legende na, eigentlich hat's nichts mit der zu tun du musst das hat einfach nur was damit zu tun, dass sie du stehst den Weg ja na, was denn? äh äh es bleibt alles so, wie es hier ist und es wird sich hier auch nichts ändern egal ob du hier bist ich mach das grad alles hier zur normalen Erde das ist aber nett so, dann machen wir gleich noch etwas zu Wasser und dann passt es als ob sie in Gang runter geht wie scheiße die Grünn hab ich gemacht hab ich ähm bam 1, 2, 3 bam da sind's meine bam und da ist sie, die ewige Wasserquelle ich bade nein 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 nein, jetzt rede ich scheiße, jetzt hab ich was dafür dann pack mal hier noch was mein dein Ernst nein nein jetzt rede ich halt stopp die Schacken sind viel zu niedrig das wird alles gemacht, so wie ich ich hey, okay, du bist gerade weggepackt das liegt an deinem Internet ah, meins ist doch nicht schlecht nein nein, da sind doch nur drei Balken na, passt doch und was hat das gemacht? ja das kommt 100 136 das ist doch das noch ganz optimale Bedingungen ja na gut, es ist besser als in der letzten Folge da bin ich immer wieder zurückgebracht da bin ich da reinigt da reinigt da ja, das weiß ich das ist so schön, dass es uns weiß da hab ich gesagt, hab äh, mal gucken wann er kommt der 54,54 und ja und nichts passiert und heute war ich jetzt oh, du bist online geil draufgegangen wir spawnen wir spawnen so wenig Mobs ich hatte erst 1 Gerät von daher das ist so ich hab vorne Q gehabt ja, man nutzt hierher gehen ja noch vom Spawn her aber so recht, aber so Mobs wie war die einzigste, die ich jemals hier auf diesem Zimmer gesehen habe Creepa oder so ist extrem selten also Creepa schnauiger aber so, als Skelette habe ich erst 1 Prozent bin ich da half meiner, ein Nachbind ist hihihi Franz mitten im Leben wird Franz gelegt die Köln da war schon so aber auch nicht in keine BKM ich habe fast so ein hier ist ein Quartal ich habe fast überall er hat ich weiß sie in der Bruch oder das auch über ein ja man kann Kürtel die Jahre und zu voll ist wieder mitzunehmen dass man sich über 9 von der Grunde und man findet sich jetzt nicht mehr zurecht jetzt ist meine Hacke schon übelst wir müssen hier unbedingt mal Schilder ausstellen wo wo es hingeht in der Bruchbode haben wir uns zurechtgefunden ja aber trotzdem irgendwelche Schilder sind schon gut na ich finde mich jetzt sogar wieder zurecht man muss überlegen hä ist da unten jemand was das hat so aus ich sehe auch noch einen Namen es wird ein bisschen das ist der Grund und so ist der Mund der Kopf das erinnert mir an Star Wars gibt sie sind in der Säden haben wieder ein Tunnel ja es sind überall Tunnel da brauchst du gar nicht meinen und das ist so kann sie Diamanten vergessen also wir müssen ich habe ja den Plan wir sind ja hier nicht weit vom Spawn weg deshalb ist ja auch vieles ausgegraben wir müssen mal eine Expedition wagen ein ordentliches Stück weit weg ja das war so in der Aschleisten und wenn das kein wenn das auch wirklich alles ist es ist sogar ein das hat das war zeitlich naja wenn man so 15 Minuten einfach nur schnurstracks gerade aus lassen und uns dann in der Erde wurde auf Ebene 11 dann damals haben ich hoffe doch dass da niemand kein Spieler war weil wir brauchen unbedingt Diamant das kann man ja vielleicht mal in der nächsten Folge machen oder heute weil ich habe ähnlich was zu tun meine Erfahrung ist fertig na ok ich muss immer die Uhr wie lange das Video geht schon im Kopf behalten na gut ich kann ja auch ein bisschen schneiden weil die Aschleisten werden schon sinnvoll ja den Weg kannst du ja zur Hälfte weg mhm aber ich würde trotzdem die Aufnahme laufen lassen dann falls irgendwas witziges passiert und mir das drin ist ich erinnere mich noch an die legendäre Aufnahme mit dem Schaf das war so bitter alter du läufst so und dann so BOOM und ich habe ewig gebraucht um das scheiß Vieh zu finden und dann noch über die Nacht vor den Mobs zu schützen ja dann laufe ich, halte den Creeper schon auf Abstand und dann sprengt ihr euch trotzdem in die Luft ich guck so wo ist das Schaf und dann wir haben doch hier alles ich weiß nicht, lasse nur mit meiner einfackelnden Hand denn liebe Leute zu wissen wir benutzen Shader ja ich habe auch in einer Folge gesagt hat wer nicht weiß wie das geht ich kann es auch mal vorstellen also wer es noch nicht für ein Prozent für voll gesehen hat und ist hier ein Loch da hast du dich wieder ausgebaut hast du hast ein Loch an die Wand gemacht nein bloß nicht das ist immer unser Problem ist auch bei der Bruchbote so du hältst dich nie an vorsichtsmacht ach du bist, hast du das Loch mir zugemacht? ja hatte nur keine Erde im Moment ja Kabelstond tut schon nein ich habe keinen Kabelstond gemacht das ist nicht bewegst du dich du hast Schnee genommen wie ich sie kenn nein du hast nicht mehr Schnee genau eben neils aus Schneebänder so wir wollen wir lang in die Richtung ach Zombie pist Du Scheiß, Noob, 1, Mob, 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 die einfach nur mich fokusten, die hat gar kein Dämmchen. Doch, der hat einen Hit mir gegeben. Weee, was ein krasser Zung. Jetzt haben wir aber jetzt mal was zu essen, Alter. 40 Borde dürfen. Soll ich uns Boot crashen? Ach, ich hab ein halbes Deck. Ich crafte trotzdem. Ich crafte trotzdem. Oh, warte. Crafting Table. Auch so ein Shader? Ich hab jetzt gerade hier Vicky so. Ich hab ein S-Damibs drin. Ich hab ein... Bin da. 13. Ah, Schock-Have, ja. Hier, bin unter dir, du Fisch. Wo läufst du denn hin? Ach, du hast den Boot. Hab ich doch gesagt. Obwohl ich glaube, dass wir jetzt eh noch zu weit drin sind, als dass es sich das lohnt. detach. Vollspeed. Dun-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Allaaah. Scheine Frames. Das Boot ist so schnell. ja wie viele FPS ich habe und ich habe ihn nicht ich erst jetzt habe ich 70 ja auch so achten vorgab bei 40 ist so gar nicht gedacht aus dem ersten hier er läuft du stehst ich fahre die ganze Zeit Kassel ein später mal die Aufnahme um als ob das nur eine Insel ist ich mache das doch ohne Katzen Wollen wir auf der Insel meinen? Ich glaub hier war noch niemand das denk ich gut das kann gut möglich sein das hier niemand war oh das ist ein Schwein unser erstes Edgar aiaiaiaiai man könnte sogar unser ganzes Zeug hier herverlagern uuuh Pfff, na, theoretisch, der eine geht dahin und tp-t sich immer hierhin, während der andere hier in Home-Punkt hat. Na, was? Na, man könnte dann einen riesigen Weg da rüber machen. Das ist ja erstmal mein. Nein, nicht da oben, das ist viel zu... Der Hans, er krebs einfach durch den Berg. Scheiße, meine Schippe. Ich bin auf ne Höhle gestoßen. Ich hoffe, die ist nicht ausgeleuchtet. Ah, skelly. Ja, du wirst wogegen Skelettschaften. Ich bin auch in der Höhle. Die ist ausgeleuchtet! Ich baue mich jetzt wieder hoch. Lass gleich weiterfahren. Hier war schon jemand. Ja, bei mir war noch keiner. Gut, ich kann dir noch ein bisschen ironen. Na, ich guck's mir erstmal an, aber die Mine hier ist schon ausgeleuchtet. Wo ich bin, ist noch nichts. Cover. Okay, hier geht's ein bisschen. Na, gucken mal, wie es da für Elf aussieht. Nicht so wie bei uns, wo wir bei Gängen sind, also. Oh, ich hab noch ne bessere Idee, wie ich das mache. Ich nehm das komplett auf, macht dann in der Mitte in Karte. Oder drei Karte. Okay, wir netter für Elf. Die legendäre Höhe. Nur, ja, ja, klar, es ist gut aus. Oh, jetzt kommen sie mir hier mit. Ich tue mein Ding. Ja, das mach ich auch. Wenn ihr manche so, so, äh, ohne ob die Fangen hierher käme. Und sieht uns. Und denkt sich so, wie machen die das? Was ist denn falsch mit denen? Was ist, was immer das Witzige ist, wenn man kein, wenn man in der zweiten Hand zwei Fackeln hat und dann sich hochbritzen will. Ja. Das ist manchmal so, assi, dann tue ich immer irgendwas anderes in die Hand und dann in die zweite. Alter, das ist, ach scheiße, ich glaube, ich baue mich in die Falten. Ach scheiße, Höhe, Elf, hier ist schon überall Kies. Ich hab dann Angst, dass sich hier vom Wasser weg schon fährt. Scheiße. Äh, hast du ein Crafting-Table? Ach nee, ich hab einen. Ne, hab ich nicht. Alter, immer die scheiß Gold, Junge, kein Mensch braucht Gold auf dieser Seite. Ofen, wo ist er? Ich habe Diamanten, mein Freund, und die sind echt. Ha, es hat sich gelohnt. Bombe. Wovon ausmacht? Weil, ich musste gerade niesen. Und das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Okay, wir haben sieben, wir haben sieben Dias, wir haben sieben Dias. Okay. Was wachsen dazu? Sieh. Weil, die waren nicht mal eingebaut, die waren einfach offensichtlich in der Wand. Also lohnt es sich doch hier zu suchen. Sehr schön. Soll ich mir erstmal nach Hause tp'n und die safen? Kannst du machen. Und mich dann wieder zu dir tp'n? Obwohl ich denke eigentlich nicht, dass ich Lara falle. Ich hab mal was einmal mit. Ich hab' da eigentlich nicht erwartet, dass Dias fake sind, wie so oft. Ach, dann bin ich in den Tunnel reingefallen, wo du warst. Boah, jetzt bin ich's schon wieder. Nee, das ist ja nicht böse gemein. Aber, äh. Hä? Irgendwas hat mich gehittet. Ähm, Creepro muss das gewesen sein. Nein, hier war nichts. Gut, ich hab' eh keinen in Game Zone. Fledermalse, Fledermalse, nein, ja nicht. Oder? Nö. Nö, nö, die kann ich nicht nur aus dem Ort. Hä? Ich hab' gerade aus einem Block irgendwie drei bekommen. Macht doch nichts aus, ist so nicht schlimm. Nö, aber trotzdem ist es einmal sechs, also fehlen noch vier. Oder wie viel waren zehn? Zehn Stück, glaube. Drei hoch? Weil die Ecken brauchen wir ja nicht. Nö, die Ecken brauchen wir nicht deswegen. Äh, da können wir ja auch so ein Verlernes. Star als Laber-Tron. Ja. Ja, da ist so 200 Lava, deswegen hab' ich da halt Kopfes an ihn getan. Ah, schön. Hier hat man schon eine Frames. Ja, ich hab'. Knapp an den 100 Kratzes Kratzes. LH Ponder 35. Einer, ein Freund von mir, der freut sich, wer noch 50 FPS hat. Der ist OP. Na gut, das ist noch der, ähm, die, die... Ich hab' 10. Demo-Version. Ich hab' 10. Ja, warte, ich muss mir erstmal noch ne... ne Hacker-Craften. Obwohl, ich nehm' gleich noch was mit für'n Verzauberungstisch. Ja, ja, klar, nimm mit, was du, was kannst, alles was du tragen kannst. Ja, da kann ja einiges sagen. Mein Innenthaus ist voll, ich kann damit nicht mitreden. Oh, meinst du auch voll, aber für Obsedia hab' ich noch Platz. Da wurde AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core. Schade, dass der Takt nicht darstellt. Da heißt es so gefolgt, diese... Ja, ja, Gigabyte Overclock. Das hat grad Gigabyte gesucht. Ja, Gig... Mega... Oh, ey, ich weiß, ich komm gerade zu kommen, der zu kommen. Gigahert. In der Tat. Das war echt, das ist ein richtiger Lucky-Prozess. Ich dachte erst wirklich, der schmiert ab und dann so... Ich hab' sogar 40 Minuten durchlaufen lassen. Nö, er denkt sich einfach, nö, ich stürzt nicht. Hm. Ich will nicht. Ich will nicht abstürzen. Kannst du vielleicht ein bisschen Koppels da mitnehmen? So 20 Stück? 20 Stück? Dein Ernst? Nee, dann hab' ich ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar. Ach so, ich dachte, das soll was abbauen. Ich würd' dich schon fragen, was falsch mit. Äh, warte, dann hau ich. Hä, verbrenn' das doch einfach. Okay. Scheiße, auf Cobblestone. Für Cobblestone hab' ich wirklich auch keinen Platz. Wie ist der reingedroppt, dann ist das Loch. Ach so, dann nehm' ich gleich Lava mit für unseren Mülleimer. Ja. Weil wir jetzt eh, weil wir jetzt eh kein Koppel... Behalt' du lieber mal deinen Wassereimer, ich nehm' Lava. Ja, warte. Wenn du einmal hast, dann ist das ja gut. Ich hab' Lava. Weil du auf Kaktus das mitnehmen? Nö. Ich grabe mich hier noch ein bisschen durch die Wände. Tommy Wies. Nein, nein. Hä, ich bin gerade im Stein gebrochen. Ach, das ist das Porn-Szenweiß City, ne? Nein. Nicht, hast du rausgeändert? Ja. Schön. Hast du nicht bei meinem Bett spawnst, was mir eh nichts bringt? Doch, das bringt es nicht. Es sind viele, die auch ein Bett haben. Theoretisch gesehen, wenn ich der Einzigste auf dem Server bin und mich schlafen lege, wird dann Tag übersprungen. Ja, ja, das ist auch cool manchmal. Mann, hier ist tatsächlich wieder ein kompletter Gang auf Ebene 11. Zum Glück haben die das nicht gefunden. Ja, ganz einfach. Na, wie andere Blöcke auch, wie Eisenglöcke oder so. Okay, perfekt. Dann ist ja eigentlich sinnvoll, dass man das in Blöcke gecraftet, dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Ja, mein Setti. Der Tommy, Legende. Tommy wasetti. Leute, jetzt noch mal Werbung für mein Discord-Zero. Seht's an der Kanal-Info. Oder in Dortmund-Wiebeschreibung sollte auch schon aktuell drin sein. Was sagst du dazu, dass er schon da drin ist? Schieß. Hä, bist du bei mir? Ja. Nein, ich bin in der Höhle. Ich dachte schon. Oder hast du Gesellschaft bekommen? Nö, ich dachte, ich dachte für kurze Zeit, dass ich ein Name-Tech gesehen habe. Das wäre, bitte. Nö, ich meine, die ja schwer gecrafteten wären gekommen. Die würden sich sofort denken, nee, bei denen... Was ist das denn? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hast du eigentlich wieder eine Eisenrostung gecraftet? Jaja, hast du die nicht gesehen? Nö. Kann sein, aber ich hab drauf geachtet. Oh, wir können ja ein bisschen wetten. Was sagst du? Ich hab gerade hier ein Ei. Wenn ich das werfe, was denkst du? Kommt ein Huhn raus hier oder nein? Ja. Nein. Ich hab auch nein gesagt, das darfst du nicht. Ich hab auch nein gesagt, das darfst du nicht. Ach, dann kam auch kein draus. Da kommt fast nie Höhle raus. Wann kommt denn da mal ein Huhn raus? Das ist von One in a Million, sag ich immer. Das ist wirklich so. Also, da kommt fast nie Höhle raus. Mann, was will ich denn mit 30 Gold, die ich wieder einschmelzen muss? Aber weißt du, was ich cool finde? Wenn man eine gesperrte Kiste hat, kann man darunter keinen Trichter setzen. Okay. Ja, scheiße. Er hat mich probiert, auf seiner Kiste schon ein Items zu klaren. Ah. Ist doch so. Irgendwie hab ich mir an das gedacht. Ist meine Sichtweite hier so klein? Ne, die ist auf Quad Pro. Schade, da kann man ja kein Liefersystem safen. Äh, kein Kistensystem safen. Na, ich glaube, rein für ein B. Na gut, aber man... Na, außerdem sind die ja nur für uns offen. Ja, aber er fiel mir jetzt auch grad ein. Und daher scheiße drauf. Weil, das Lagersystem ist am Ende nur sowieso für uns beide nur. Stört sich, wenn ich die Aktivierungsschienen rausnehme, aber ich hab keinen Platz mehr. Ich kann mich auch zu dir tippen. Da brauchst du die wirklich nicht, wenn ich auch nicht was anderes brauchst. Oh Gott. Ruhme. Warum macht man denn auf Höhe neunen Gangs, was passiert du? Nein. Nein. Nein, bloß nicht, der ist bloß unbeleuchtet. Können bloß Leute nutzen, die einen Shader dran haben. So was bestimmt tun, nein. Sogar für R7, Alter, wie tief... Also, man braucht keinen Shader. Okay, Täter. Ja, man... Ja, man sieht ein bisschen... Aber auch nicht viel... Oh, für sie? Dein Ernst? Ach, hier ist deine schöne Lava, Alter. Oh, das ist aber schön. Wir machen schön mit Wasser was. Das sieht unbenutzt aus. Suchen wir doch mal. Obwohl, ihr wollt schon die jetzt auch gekostet. Hallo, irgendwie meine Internetleitung ist grad sehr gut. Wir kennen deine Internetleitung. Ne, ich meine, deswegen ja. Ich kann grad meine eigene Kiste nicht öffnen. Das ist dann wird's immer besser. Jetzt muss grad zurückgebracht, geil. Ja, das ist der Busfahrer, ne, war's ja nicht. Doch, der Busfahrer ist immer da. Ey, ich hasse den Typen, ne? Ich verflore den Kerl. Ja. Kommst du mal... Kannst du herkommen wieder? Da sieht man doch, dass wir an Redstone schwimmen. Jetzt hab ich auch 32. Jetzt musst du dieses Brutale aufbauen. Ich brauch unbedingt diese... Ich brauch unbedingt Quartz. Für was brauchst du Quartz? Um die Redstone-Technik zu bauen. Das kommt wieder mit seiner Technik. Na, ich brauche Komparatoren. Dafür brauchen wir die. Das ist meins, was da brät, nicht deins. Nein, ich will grad nur gucken, was ich... was... wie viel kostet, aber irgendwie... wird nicht alles angezeigt. Alles angezeigt. Das Ding disst dich. Don't fuck me. Steak him. Wie spät ist es? Äh, 1951. Da bist du dein Zuschauer gleich, wenn dieses Video aufgenommen worden. Ja, und? Na, ich sag's auch nicht. Es kommt zwar in fünf Tagen oder so, erst online, auch egal. Das war eine Feststellung. Leute, nur mal so, dieses Video wird am 17.01.2018 aufgenommen. Nur mal so zur Info. Mh, gönnt auch nicht. Das Video geht auch ganz... Das hat sehr kurz. 42 Minuten und 13 Stunden. Kannst du echt schön cutten. Ja, ich mach, ich glaube, drei Folgen oder so daraus. Oder vier. Keil. Wie schön man so aus Minecraft, äh, Let's Play Profit schlagen kann. Ja. Was ist Profit? Aber jetzt im Sinne von... Du hast meinen Weizen mitgenommen. Oh, schuldigung. Willst du ein Dia-Swert? Ne. Ich hab ein Eisenschwert, das reicht mir. Denk ich auch. Wir haben aktuell keine schweren Gegner. Ähm. Ich hab mal ein Stack Melonscheiben in meine Kiste getan. Ein ganzes. Okay, meine Aus... Die kann man auch wieder zusammen craften. Diese Melonscheiben. Ne. Meine Nether-Ausrüstung. Ein Eisenschwert. Ein Bogen mit großen Pfeilen. Eine Dia-Picke. Zwei Wassereimer. Ein Stack Kabel. Ein Stack Brot. Ein Feuerzeug. Und das war's. Und dann halt noch das... So. Wo soll das Portal hin? Ich würd' das irgendwo drinnen aufbauen, damit's nicht jeder gleich sieht. Ich dachte, du machst grade, wo ist es hin? Ne, ne. Ich tue gerade... Melonen-Blöcke hinten stellen. So. Kann man nicht craften wie normale Blöcke oder haben die einen anderen? Ne, so komplett das ganze... Alles klar. Also wie normale... Nein. 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 Okay, da baue ich unten ein bisschen Platz rein. Wo hatte ich denn meine ganzen Melonscheiben? Anscheinend hab ich die in irgendeine Kiste gepackt und du hast die jetzt gekraftt. Ach, die... Ach, die... Die craftet man dann zu 0815... Alles klar. Ne, ist das eine schlimmste... Ne, aber diese Logik immer... Das ist die Minderkraft-Logik. Minderkraft. Ninderkraft. Die darf man doch nicht benutzen. Erst ab Rang, Member. Was ist das für ein Drecksauber? Hahaha. Jetzt haben wir aber da allen können sie nutzen. Member. Wann wird man denn... Wann wird man denn Member? Aber... Man kann das Feuerzeug... Gibt's noch eine andere Möglichkeiten... Link... Link... Seite auf... Homepage. Na Leute, dann gehen wir mal da drauf. Gehen wir mal da drauf. Haha, viel Spaß. 30 Mal halt hab ich die Problem da. Da ist sie... Dann ist die Stunde voll hier mit dem... Mit ihrer Aufnahme. Er wird nur was kann sehen, dass einmal am Tag Worten oder so. Mal erstmal das Internet öffnen. Äh... www.leon.de www.leon.de Ja auf. Ich schwel mich nur nur weg, weil ich freue mich nicht komplett ansorgen lasse. Freebuild.com mc.de Einfach mal drauf gehen. Freebuild.com Und dann haben wir mal die gleiche Internetseite wie vorher. Ach Woten! Ihr wollt drängen aufsteigen, dann helft mit euren Stimmen und neue User auf die Server zu locken. Und heute bis zu... 3-Diase und... 120 Barry... Pro Tag. Geiler Blöcke, das ist geil! Geiler Blöcke, das ist geil! Geiler Blöcke, ja. Geiler Blöcke, das ist geil! Eine Freikur, gleich für Siegter. Nein, das geht schon wieder los! Die Internetseite kennen wir, ja... Wie lange man hier... Weiß noch, wie die hieß? Jetzt... Jetzt... Mike Felser ob uns herum eine Freie war das ist um sie sind sie zu musikten in den denn das ist ein in den in in den in den der Lerner 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 Lern dann das lebt im Land aber da ich mit dem Beug nichts anfangen kann habe ich jetzt in Hose gekommen noch mal einfach nochmal abstimmt für den Free-Build MC auch jetzt muss mein Name eingeben sagt sich aber ich heiße so sagt sich weiter und scheiß Franz der Gamer hier auch jetzt muss ich noch sagen dass ich keine Roboter bin ich könnte uns auch sehen ich schieb er ist immer so episch ah du bist kein Roboter so war bei der erfolgreich abgestimmt auf den Weg auf die nächste Internetseite es gibt drei Internetseiten ist schon geil hast du schon wieder Wasserblock also irgendwas von Wasser irgendwas mit Wasser neben mir gesetzt das gibt es so jetzt roten soll ich für dich auch gleich mal mit Worten so ich will dich auch gleich mit Worten Wort jetzt eins ich mach jetzt wirklich mit so ist das richtig ja jetzt bauten doch ich kann erst wieder auch wenn ich einen anderen annehmen kann ich erst wieder in vier stunden ja bauten noch sagt ein scheiß Busfahrer das erster wählern haben ausgangsa er wieso er war das Park die ganze Zeit ich höre ich fast gar nicht mein Ding hat sich aber kein bisschen verändert er ist trotzdem scheiß wenn wir zocken müsste man normalerweise eigentlich in dem Video sehr viel piepen ich denke mal da wird niemand was sagen also ich bin jetzt schon fast bei ja ich bin bei 1,7 GB bei dem Video schon weil ich auch in 120 FPS aufnehmen auf höchsten Einstieg beziehungsweise in 4K waren beziehungsweise im Monat auch keinen 4K hat ähm Kreti Weger hat heute getestet was mein 4 GB RAM noch zu machen ja hab ich schon hab ich mir vor angeguckt aber so knapp wieso ich guck doch nie YouTube NEIN ich guck doch nur einmal im Monat YouTube so jetzt haben wir gewohnt es ich hab einen bekommen doch hab einen bekommen soll ich einen Verzauberungstisch crashen ja gerne wo soll der denn hin wann oder was findet man das scheiß Rezept so ich muss vielleicht noch ein Crafting-Tail gehen äh wo ist das scheiß Teil aber ich finde schon geil dass man einfach mal so straight von dem Soho 2D das Geschenk bekommt mh ach man äh ich brauch die Crafting-Anleitung für ein Buch die ist so einfach warte ich frag einfach mal hat wie ging das mit dem scheiß Schock na gut wir haben eh nicht die du hast das Loch wieder offen gelassen jetzt hab ich keine Erde ums zuzumachen hat jemand zu ja alles gut kannst du mal offen dann das Loch mal offen zu lassen was einmal zu oder Kraft in Kolben zehn seit zwei Kolben das Ding offen zu man das ist das Wort hat irgendwie so ein bisschen deprimierend wo ich geschrieben hatte hat die meinen Zuckerrohr und dann ist jemand gleich disconnect ist so jemand fragt wie viel brauchst du willst du was sagst du zehn Stück ja zähl zähl ach die gute Abbauwelt nicht man hier spawnen nicht hey BB will er mich pranken ach nee das ist mein anderes bye bye Kaffee verabschiedet sich und Kaffee Tante ist raus ist auch ein geiler Name halt ja ist echt ein geiler Name die gute Kaffee Tante Gleisen hier ist ein hier ist ein Edgar und das ist ein Down ich muss mich korrigieren hier war ein Edgar hier war ein Edgar hier war ein Edgar schick TPA ok äh wie später wie hieß der ist zählst T T T Molle ach nee da hat mir geschickt T 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 Alter was an die hier gebaut T T T T T Screenshot? Screenshot? What the fuck? Oh, hier ist ein Grab. Alter! Ernsthaft? Ernsthaft? Halt's Maul! Genau so, nicht einfach. Jetzt hätte ich gehen können. Nein, danke. So bis jetzt. Alter, what the fuck? What the fuck? Drei Snacks? Hahaha. Die haben vielleicht auch noch. Ich screenshotte das jetzt mal wieder in die ganze Wand. Das ist voller Rohstoffe mit TNT. Aber gleich. Zwei. Weißt du was? Was? Vielleicht ist es so mit diesen Wänden, die immer weggehen. Man kann ja, wir dürfen das Feuerzeug noch gar nicht benutzen. Vielleicht kann man dann das TNT anzünden, wenn man Member ist und dann fliegt es in die Luft. Ja. Ja. Ja, lol. Wie viel Sand brauchst du, oder? Ja, ja. Tommy bei Setti wurde mit Schrot vollgepumpt. Lava nicht. Alter, es geht auch nur mit Member. Lava. Das kann doch nicht sein. Kasper nicht erzählen, dass man Zucker auch nicht anbauen darf. Nein, Lava. Ach so, ich wollte schon sagen. Als ob man keine Lava setzen kann. Ja. Das wäre es jetzt so. Jemanden fragen, kannst du für uns einen Lava-Eimer setzen? Nee, das ist aber nicht nötig. Ich wollte erst mal die Farm anlegen. Oder bringt das Video als Special Edition was? Ja, Special Edition, ja. Das meine ich. Hey, wo ist meine Farm? Ach, hier. Ich hatte vor, hier eine ganz große zu bauen, hier nur mit Zuckerrohr. Um die dann irgendwann mal zu automatisieren. Hast du genug Schwarzpulver? Nein, ich habe gar keinen Schwarzpulver. Ach so, wir können das ja eh nicht anzünden. Na gut, mit Redstone. Na, da weißt du nicht. Ein normales Feuer auf dem Boot, das kannst du nicht. Ja, oder? Nee, kannst du nicht. Ja, ich könnte das vor. Ich könnte das nicht. Ich mit der Diabicke. Doch nicht, hä, okay. Nee, das ist das für ein Scheiß. Was ist denn hier los? Psch! Das witzige ist, man kann nicht mal die Lava aus dem Eimer also mehr rausholen. Nenn mir das Crafting-Rezept für ein Buch. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Das muss doch dastehen, wenn du das alles hast. Das steht ja nicht. Warte, ich komme. Jetzt kommt der Renschen. Ach, hier, Papier. Da braucht man normales Zuckerrohr und kein Zucker. Bring mir Zuckerrohr. Bring mir Zuckerrohr. Hier, warte. Warum bist du hier? Dort liegt... T. Hengst. Ich will was da drinnen bauen. Aber kann man denn Türen nicht sichern? Ich... Oh, schuldigung, dass ich dort mal rein will. Nee, aber mit ging das nicht? Nee. Schon. So, mein Scheiß. Wir fangen jetzt nicht so wie die Alexi Pexy an. Doch, doch, das tun wir. Nein, nein, jetzt reden wir nicht. Mmh, mmh. Wo ist das Kraftinger Zepfen? 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 Jetzt mal am Ernst von sollehen. Der Kraftinger Zepfener Zepfener Äh, meiner Zauberungsstüch. Dort, wo man noch genug Platz hat, wenn man mal Bücherregale drum bauen will. Am besten wir verstecken ihn in. Wo ich gehe dann nochmal in Lades. Ich glaube, du kannst die Aufnahme nachgleichen. Ja, ich beende die gleich. Das ist ein kleines Special 1,5 Stunden Video. Ja, das ist so. Das kann ich nur im Garten hochladen. Ja, was? Das ist jetzt schon mal Rohmaterial. Ist schon mal 11,3 Gigabyte. Geil. Dann kommt noch Schnitt dazu. Dann wird das noch mal mehr. Ja, das Rendern wird auch lange dauern. Mit der armen Pencher. Nee, ich rendere. Es geht, das wundert mich auch immer. Wieso, obwohl mein Laptop schlechter ist von der Hardware her, rendert der schneller. Ja, das kann ja nicht sein. Doch. Hä? Aber rein logisch gesehen ist es überhaupt nicht möglich. Ja, es ist... Softwarefehler. Und ich hab sowieso nicht das Schnittprogramm nicht mehr auf meinem PC. Warum? Lohnt sich nicht mehr, weil ich es wieso alles auf dem Laptop schneide. Ist auch viel gemütlicher, du kannst es da einfach mal aufs Bett legen. Ja. Man kann es einfach mal schneiden. Das macht viel mehr fangen. Ich freue mich. Oh, wie spät. Äh, 20 Uhr, 3... Ne, 20 Uhr, 27. Boah. Ey, ich kann nicht mit der Uhr. 20 Uhr, 37. Dann hau mal deine Aufnahme aus. Ja, warte, ich will nur noch eine schöne Verabschiedung haben. Also, raus... runter... schon mal die Schaufel in der Hand nehmen. mich rausbauen. Und auf den großen Berg gehen. Ne, es reicht auch aufs Gewechshaus. So. So, das wohl es, Leute, mit diesem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass 54, 54, 50 Mal wieder ein bisschen mehr zocken kann. Aber, bis zum nächsten Mal. Sag auch noch mal Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.